Bildung und Zugang zu medizinischer Versorgung sind für uns selbstverständlich. Aber nicht alle Menschen haben dieses Glück. Machen Sie die Welt ein Stück besser und unterstützen Sie Kinder aus den ärmsten Regionen der Welt auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben, indem sie an der Radl-Challenge von SONNE International teilnehmen und damit Spenden sammeln. Die SONNE International hat im Vorjahr die Anzahl von den erradelten Kilometern fast verdoppeln können. Wenn Ihre Unternehmer heuer mitmachen, schaffen wir nochmal einen Rekord zu brechen und umso mehr Kinder in Entwicklungsländern zu unterstützen. Durch das gemeinsame Radeln für die gute Sache stärken Sie einerseits den Zusammenhalt Ihres Teams und aktivieren gleichzeitig auch den internen Wettbewerb mit einem karitativen Mehrwert. Mit der Verfolgung eines gemeinsamen Ziels in Ihrer Firma unterstützen Sie die Unternehmenskultur und Sie schaffen ein schönes Miteinander der Kollegen. Und Sie helfen, was ganz wichtig ist, den Kindern vor Ort. Mir hat besonders Spaß gemacht, dass ich meine Kollegen am Weg in die Firma getroffen habe und wir so zusammen ein paar Kilometer sammeln konnten. Außerdem habe ich mich dadurch fit gehalten, indem ich fast jeden Tag in die Firma gefahren bin und ich habe schon gemerkt, die Gesundheit ist dadurch doch besser geworden. Daher laden wir Sie ein. Schaffen auch Sie Vertrauen bei Ihren Kunden oder eigenen Mitarbeiterinnen, indem Sie soziale Verantwortung durch sichtbare Taten umsetzen und fördern. Radeln auch Sie mit bei der Radl-Challenge von Sonne International. Engagiert für eine gute Sache. So, dass Sie sicherer und Ordnung sind. Bis zum nächsten Mal.